Okay, wir gucken mal rein. So, Freunde, hinein in die gute Stube. Ich bin jetzt in einem DAF-Fahrerhaus. Und das ist ziemlich groß. Wenn man mal guckt, hier ist der Fahrersitz. Hier ist das Schlafzimmer. Nein, 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 nein. Da muss ich das erste Mal gleich mal eingreifen, Herr Brockschmidt. Darf ich noch mal ganz kurz intervenieren, dass der Zwischenteil, da wo die WG-Bahltreppe in diesem gespeitenen Fahrhaus ist, im Real nicht da ist, ne? Also diese Breite, die hier unten, also hinter meinem Dings. Also so lang sind die Fahrerhäuser bloß noch nicht, ne? Halt, stopp, jetzt reicht es. Oh, hallo, nein, nein, jetzt krieg ich. Aber wir haben so einen kleinen Ausstelle im Dach, deswegen ist alles ein bisschen gewöhnlicher. Bei Volvo sehe ich eine Sattelzugmaschine, auch elektrisch, 540 Kilowattstunden Kapazität. Volvo spricht von 300 Kilometern Reichweite. 300 Kilometer, geil, Mann. Und Leistung ist ganz ordentlich, wir haben nämlich 666 PS. So, jetzt haben wir aber hier die Teufelsermittel, das kann ich, ich möchte mich davon distanzieren. Möchte ich mich aber über die 666 distanzieren, sehr verehrte Damen und Herren. Wir müssen jetzt hier in alles was rein interpretieren, ja? Thema Entsorgung, auch elektrisch, auch Reichweite so 300 Kilometer, was ja für den urbanen Raum und für den Einsatzzweck vollkommen ausreichend ist. Und wie schon bei Volvo gesagt... Also da muss ich ganz ehrlich sagen, Müllfahrzeuge, die fahren ja alle, 300 Kilometer ist da vermutlich vollkommen ausreichend, weiß nicht, wie es noch Volllast ist. Da ist so elektrisch schon sehr geil, ne? Gerade weil die auch durch Ortschaften fahren und ich wache auch immer auf, wenn hier bei mir Müll abgeholt wird, macht ja halt immer Geräusche. Dann ein E-Truck, oh, würde ich echt fühlen. So, hier haben wir nochmal ein schönes Fahrzeug, was mir gerade quasi übern... Oha, was ist das? Das sieht schon sehr geil aus. Das ist auch ein Müllfahrzeug, oder was? Der sieht... Weißt du, woran der mich erinnert? Also, 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 dass ich das manchmal so im Kopf habe, ne? Bisschen abgewandelt, aber er erinnert mich tatsächlich an den hier. So ein bisschen. Halt, stopp! Jetzt reicht es. Hallo, hallo. Nein, nein, jetzt krieg ich. Äh, ein... Klutscher. ...löschfahrzeug, was so bei der Flughafenfeuerwehr ist. Nach dem unwahrscheinlichen Druckabfall in der Kabine kann dann der unwahrscheinliche Fall kommen, dass so ein Flieger vielleicht am Boden auch mal brennt. Da musst du natürlich schnell am Start sein, und zwar mit allem, was du hast. Da sind die Geräte dann am Start. Und Magna hat das Fahrzeug hier für Rosenbauer elektrifiziert. Es ist aber ganz interessant, weil du hast den Basisantrieb elektrisch. Du hast dann einen kleinen Motor, der quasi als Range Extender fungiert, wobei du ja nicht so hohe Reichweiten brauchst. Aber du brauchst hier trotzdem noch einen Verbrenner, um die Pumpe für die große Löschkanone da oben zu betreiben. Aber generell macht das natürlich auch am Flughafen wirklich Sinn, denn das Fahrzeug kann ruhig kalt sein. Das macht gar nichts, und es ist immer quasi startklar. Auch Wartung und so ist ja auch ein Thema. Denn es hört nicht auf, noch ein ID-Bus. Es gibt ihn als Cargo, es gibt ihn als Bass, aber es gibt ihn noch nicht als Pick-up oder als Pritsche. Aber die Kollegen hier am Stand haben so ein Gerät umgebaut als Pritsche. 12.000 Euro soll das Ganze kosten. Ich finde, es sieht schon irgendwie mega aus. Aber jetzt pass auf, es ist nicht eine normale Pritsche, es ist tatsächlich ein Kipper, der nicht funktioniert. Ach, ich muss es umgekehrt halten. Derjenige, der sich über mich immer lustig macht, über mein Reifenwechsel-Video von damals, bei dem Dings-Placement, das aber Ehre, dass er es reingeschnitten hat. Aber ich noch einmal irgendeine Scheiße höre von dir, weil du dich über mich lustig machst und über meine Fähigkeiten. Aber, Bruder, also Chapeau. Aber so ist es im Leben. Es ist Ansichtssache, ob es hoch oder runter geht. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Der Pfeil geht nach oben oder nach unten, je nachdem, wie du es hältst. Junge, da muss aber der Sekt, glaube ich, in Strömen geflossen sein auf der IAA. Guck, wunderbar. Ist das geil. Das ist wirklich alles gerade neu erfunden. Das ist unfassbar. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe 100 Zuschauer, Was ihr hier seht, ist eine technische Revolution. Ihr seht, ein Kipper, der kippt. Das ist so, also es ist amazing. Das wird euer Leben nahezu unfassbar krass beeinflussen. Ihr seid euch dessen noch nicht bewusst, dass ihr jetzt hier gerade live in meinem Stream sehen könnt, wie ein Kipper kippt. Ihr habt damit nicht gerechnet, dass ein Kipper kippt. Ich weiß das. Das habt ihr, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja, ich weiß. Deswegen ist das ja hier mein Bild. Das ist mein Bildungsauftrag hier, meines Erwärts. Cool, wenn er jetzt umgefallen wäre. Das hätte wirklich gefehlt. Weil es ist ja noch Prototyp. Steht da so in der Luft. Ich schwöre, wenn ich da gewesen wäre, wäre er hinten runtergefallen. So. Jetzt geht die Fahrt wieder rückwärts. Nein. Aber, kleiner Wermutstropfen. Ihr müsst euch so ein bisschen mäßigen in Sachen. Lasst 500 Kilo, dann ist Schluss. Aber sieht schon cool aus. Aber die Reifen müssten dann auch da drauf sein. Was, 500 Kilo nur hinten drauf? Hey, yeah. Hey, Actros. Steht deine Halle. Schön glänzen. Der Beat ist nice. Hey, hey, hey. Kommt dir noch was vom Bio? Außer Musik. Ich denke nicht. Hey, yeah. Da-na-na-na-na-na-na-na-na. Hey, hey, hey. Actros. In Silber. Auf dem Messegelände. Hey, hey. Ohne Infos. Einfach nur Bier. Hey, hey, hey. Hey, yeah. Da steht ihr Actros. Ohne Information. Auf dem Messegelände. In Hannover. New Actros. Beste Video. Oh yeah. Yeah, yeah, yeah. Ja, yeah. Ist was komisches passiert? Ja. Dumm, das... Warum macht ihr das mit mir? Hey, hey. Also, das ist ganz klar. Wenn das jemand klippt und an irgendwen schickt, das waren die Leute im Chat. Nicht ich. Ich bin nicht auf die Muppet Show gekommen, ja? Ich habe nicht gesagt, ich distanziere mich davon, dass Leute in meinem Chat sagen, dass diese beiden hier die Moderatoren sind. Das ist... Das ist... Ich distanziere mich komplett. Bitte. Ich... Ich distanziere mich. Oh mein Gott. Das links passt so. Das links... Es passt so perfekt. Das links... Alter. Das passt. Außer die Haare. Wenn der jetzt noch nach hier hochgeguckt hätte... Oh mein Gott. Warum macht ihr das mit mir, Chat? Ich fand es nicht weiß. Alter. Ey, was für ein wilder Livestream ist das? Tschüss. Ja. Amen.